Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Sven Koop. Hier, ihr seht da, mein bester Partner. Die Liteness war ganz, ganz unartig und musste deswegen in den Storchenarsch eingesperrt werden. Iiiiih, das ist ja wirklich so komisch. Jetzt seh ich das erst. Iiiih, das ist ja wirklich so ein Storchenarsch. Oh Mann. Oh, das Geschütz macht... Oh, was hab ich denn getan? Vor allem, wie ich geflogen bin. Oh Mann. Ja. Das war schlecht, ich weiß. Zumindest gibt es einmal zu. Oh Alter. Okay, das Down ist geschützt. Okay, auf was schießen die immer noch. Down ist noch was. Da ist noch ein Ding da. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist, äh... Blumenkasten? Vielleicht. Oh nein! Boah! Alter, dir ist ein IWA-Lin. Und du bist auch tot, oder? Ja, das ist Mobbidick. Es ist Mobbidick, deswegen war Captain A. Harb auch vorhin da. Sag ich doch Captain A. Harb auch vorhin da. Also, ist das doch? Sag ich doch Captain A. Harb auch vorhin da. Jaaaa, ich weiß es nicht. Entschuldigung. Alter Okay, Alter, ich habe Granaten hochgeflogen. Oh, das ist he's down. Moby Dick ist tot. Oh, Kacke, Captain Art ist wieder da. Wie geht das? Oh, der ist tot. Hier unten ist auch noch ein bisschen. Na ja, die war schon geworfen in der Zeit. Da ist noch einer. Hier ist auch noch einer. Ja, das ist es ja, den ich meine. Du musst mich auch heilen. Du musst mich auch heilen. Du musst mich heilen. Du musst mich auch heilen. Ich darf nicht. Jetzt. Okay. Was bringt uns das hier? Können wir die schöne Aussicht genießen? Oh, ich will auch. Na. Gib mir. Oh. Ein Berg. Toll. Das ist dämlich. Okay. Gleich mal wieder nach. Da unten geht es lang. Müssen wir hier irgendwie so einen Trick Jump auf die Brücke machen? Ne. Hier unten runter. Okay. Ne. Hier ist ein Player geschnitten. Hier ist ein Bar auch. Ah, mein Gott. Wie? Da sind ganz viele Wartigons unten. Hier ist ein Bar. Lass uns in die Bar gehen. Yo. Da hat der Bar-Kiefer gefunden. Der Bar-Kiefer ist ein Zombie. Ja, ich hab gesehen. Alter, ich hab noch Kraft leid. Ich werde da unten eingesperrt. Du hast die Treppe kaputt gemacht. Quatsch. Ich nehm mal das Bier. So, ich hab mich gehalten. Geh mal zum Bier, damit kannst du dich heilen. Voll heil? Ne. Heil mich mal bitte nochmal. Danke. Der große, der große Knochen hier oben. Das Gerippe. Oh, oh, oh. Ich hab eine Granate. Warst du das? Das war meine. Wir sind ja alle tot. Was ist das hier? Ein Snark. Das ist kein Snark. Ja. Ein Snark sieht anders aus und ein Snark hat auch nicht 5800 Leben. Alter. Das ist eigentlich, ich glaube das ist ein anderes Model für ein Snark. Ah, hast du das andere gesehen hier? Guck mal hier. Ich hab ein romantisches Dinner, lass uns sie umbringen. Toll. So, was ist hier noch in der Bau? Hier, Toilette. Oh. Oh, was? Wieso? Oh, oh. Ich brauch wieder Leben denn mal eben. Ich brauch Heilung. Heilung, bitte. Oh, ich muss warten. Ich kann das nicht ganz oft hintereinander sagen. Doch. Ja. Was ist los mit dir? Hast du einen rauen Hals oder kannst du nicht mehr reden? Hä? Ne, ist schon gut. Machst du ruhig gerade eben. So, was ist denn hier? Hier ist das Klo. Das letzte Klo ist nice. Das Winner oder? Das Piraten Klo? Ja, könnte man auch so sehen. Das ist das Piraten Klo. Schau mal, das ist ein Pirat. Mit einem Holzbein, so einer Hakenhand und mit einem Papagei auf der Schulter. Dicker Pirat. Das ist eindeutig ein Pirat. Eindeutig. 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 Warte mal, ich will mich erstmal, bevor du da machst, hier noch in der Bar ein bisschen umschauen. Okay, ist nichts okay. Dann ab hinter den Tresen. Und ich glaube, wir müssen uns nicht kaputt machen, oder? Ich hab schon eine Granate geworfen. Ich hab den Schlüssel gefunden. Ja. Your team has found a key. Can you find the lock? Wir müssen das Schloss finden. Na bestimmt. Hier, guck mal. Wo schauen wir nach oben? Oder ist das die Brücke? Oh, ich brauch schon wieder Leben, Alter. Ich hör Soldaten. Heil mich! Was machst du dann immer? Ich weiß nicht. Ich glaub, ich spreng mich mit den Granaten nochmal selber. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Ah, du schiebst mich immer so komisch. Hier oben. Ich hör Soldaten. Ah, schade. Das war nichts. Okay. Ich hab das Schloss gefunden. Wir gehen einfach weiter, genau. Die haben ein Boot. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Granaten ohne Ende. Heile mich, heile mich, heile mich, heile mich. Sekunde, Sekunde. Okay. Was machst du denn immer? Da ist Medikid draußen, Alter. Aua. Heile mich, Peter. Ich hab es schon gehört. Und hat noch eine Granate gerade gerollt. Alter, die ballern die ganze Zeit mit den Granaten rum. Alter. Du gehst vor. Ich hab nur 80 AP. Du gehst vor. Alter, ich kann dich gleich nochmal heilen, glaub ich. Na ja, toll. Und. Boom. Oh Gott, Alter. Alter. Wie sollst du das? Sieben AP. Sieben AP, heile mich bitte. Oh, ich bin tot. Verdammt. Einen hab ich erledigen können. Wo bist denn du? Ich hör dich immer mit deinen Gerä... Vor der Tür. Ich hör dich immer Geräusche machen mit den Teilen da. Bist du das? Das ist schon mal gut. Ja, das bin ich. Gut. Wo bist du? Ich bin hier oben gespawnt. Bist du in der Bau? Ne, ich bin oben gespawnt. Ich komm wieder runter. Alter. Gänzlich leer. Ist ja komplett leer. Soll ich hier gleich das Millikid in der Hand behalten? Es sind ja nur noch zwei eigentlich. Ja, genau. Wow. Oh, scheiße. Oh, ich muss kurz weg. Oh, 10, 10 leben nur noch. Ist jetzt vor, ich lebe. Oh Gott. Oh, Alter. Hast du das gesehen? Alter, ist das ein Arschloch. Dank dir, musst du auch was? Ja, einmal wenigstens. Ja, ein bisschen. Oh, pass auf. Und jetzt brauchst du wieder mehr. Okay. Ich bin dafür, dass der... Und noch eine. Vorsicht. Du musst gleich am besten dahinter. Ja, okay. Er ist down. Alter Schwede. Er ist tot? Ist das krass, oder? Wir müssen, glaube ich, hier runter ins Chef. Ähm, ich glaube, du gehst am besten vor. Ne, ich spreng erstmal, glaube ich. Wenn wir mal das rein... Aber da unten ist bestimmt nichts. Wieso muss ich vor? Ähm... Es ist dunkel, du gehst vor. Du bist der Schönerer. Man, ich geh vor. Wow! Wow! Ich bin gefallen. Ich... What the fuck? Ach du Scheiße. Daran kann ich mir auch noch einen. Das... Das sind doch Vulkan-Aliens aus. Weiß ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass das saumäßig schwer war hier. Und wieso ist das alien Manfred, das du gerade getötet hast? Hinter dir! Äh, ich hab's versucht. Ich hab ganz wirklich Leben nur noch... Aber ich hab dir... Ich hab Manfred schon wieder... Ich hab wieder dieser Manfred getötet. Nein! Verdammt nochmal. Heile mich doch! Ich bin doch tot, Mann! Bist du gestorben? Wieso bist du einfach tot? Ja... Weiß nicht, weil... Wie hat mir das erlaubt? Warte mal, warte mal. Ich bin hinter dir. Tu doch erstmal deine Muni hier aufladen. Du hast ganz viel Granaten und so noch. Na, du hast ganz viel Granaten. Ich nicht. Naja, kannst du auch haben. Hehehe! Wenn ich schneller bin! Nein, nein. Schnapp dir. Wo denn? Hier drin, dahinter den... Im Arsch oder wie? Das stimmt ja, im Arsch! Dann staue ich ein Arsch! Die Munition ist im Arsch! Genau. Und hier ist auch noch was. Da ist auch noch ein bisschen Granate und Co. Jaaa! Das stimmt ja! Die Muni ist im Arsch! Wie recht du doch hast! Das ist schlecht, ey! Oh mein Gott! Ich hab Angst! Ich bin eigentlich der Meinung, dass du mir wieder vorgeben müsstest. Why? Weiß nicht! Oh mein Gott! Ohne einen Mann nicht! Okay! Nein! Ich möchte eine andere Waffe! Und Granaten! Ich will nur Sprengstoff haben! Ich will natürlich Sprengstoff! Was ist das hier eigentlich? Der... Ist das nicht echt der Rucker? Können wir uns hier aufstellen? Ich weiß auch nicht mehr, wofür war das so viel, was das war. Hier muss man irgendwas machen! Ja... Ach nee! Ach nee! Schlau, wa? Vielleicht kommt mir wieder Manfred raus! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Der mag sich nicht! Oh oh! Was macht der da? Komm her! Ja! Ich muss den Ali noch töten! Okay, danke! Du auch? Ja! Einmal! Zumindest! Ich hör schon wieder was! Was müssen wir hier machen? Ich glaub, Manfred wird ihn weiter nie! Jetzt kommen sie nämlich aufs Namen! Guck mal, da oben ist was! Da oben ist so eine Hand! Ach, da ist ein Stöpsel oder sowas! Guck mal! Was? Wo ist ein Stöpsel? Da oben! Oh, du bist tot! Ich bin tot! Ich seh ihn nicht, weil ich tot bin! Toll! Oh, ich bin ein Stöpsel! Da oben! So eine Hand und so ein Stöpsel! Ich bin tot! Warte aber auf mich! Okay! Da muss man dann nach oben gehen! Da ist so ein... Also nach oben gucken! Über am Vulkan ist so eine Hand mit so einen Stöpsel! So einen großen! Da müssen wir noch irgendwas machen wahrscheinlich! Wahrscheinlich einfach auf die Hand schießen! Dann hab ich... Wahrscheinlich, ja! Ach egal! Ja toll! Wie das alles abstaubst du Ass! Nee! Kriegst du jetzt auch nicht mehr! Okay, let's go! Lass uns... Was denn? Ein paar Ärsche killen! Oh! Alter! Wie er mich vorgehen lässt, Alter! Ist das ne fiese Sau! Du bist freifällig vorgegangen! Gar nicht! Ich hab dir vertraut, Mann! Aber es gibt ja keinen friendly fire! Deswegen hast du dir keinen Schaden gemacht! Ja, ja! Jetzt, wie er sich noch rausredet! Oh scheiße! Manfred! Aber manfred... Jetzt guck hoch! Da oben! Ja! Ich seh's! Bestimmt müssen wir irgendwas da mitgemachen! Mit diesem Ding! Naja! Benutzen! Draufhauen! Bestimmt! Version! Vielleicht müssen wir auch irgendwie... Ah! Wie hast du's gemacht? Ich hab keine Ahnung! Also doch zerstören, ja? Ich hab keine Ahnung! Doch kaputt machen war's, glaub ich! Blum! So, jetzt lass uns mal gegenseitig heilen! Oh! Zu spät! Aber hier kannst du noch runterfallen! Die ist noch safe! Ich hab ne komischen... Okay! Warte mal hier! Warte mal hier! Wo bist du? Okay! Du stuckst bei mir ein bisschen komisch hin und her! Ja, ich hör schon wieder diese komischen... Fällt mir nicht wie das aussieht! Aber Freunde! Was wir hier finden! Was uns hier erwartet! Diesen HEV Charger! Sehen wir in der nächsten Folge! Oh! Da seh ich schon nen Vortigon! Alles klar Freunde! Wir sehen uns! Ich erwarte auf deinen... Naja! Ich hab die Aufnahme auch raus gemacht! Ja! Aber ich noch nicht! Mann! Ciao! Wieso denn nicht? Du hast doch schon Ciao gesagt! Nein! Ich hab auf deinen Ciao gewartet! So! Ich hab immer noch an! Sonst jetzt mal Ciao, Mann! Dann halt nicht, Freunde! No! Ich sage nur... Oh mein Gott! Nicht vergessen, Freunde! Mir noch nen Kommi zu hinterlassen! Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen! Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch! Ja, hier doch! Kommi! Das war jetzt!